Nee, indem du einfach rein und wieder raus gehst und den ersten nur machst. Ja, das mein ich ja damit. Oh nein, ich hab keinen AP-Punkt. Ach, du ahnst es nicht. Okay, die alte hab ich besiegt. Wer kam denn danach? Meine Pokémon geheilt. Wie nett man ihr. Top-Leber-Super-Tränke hab ich. Oh, das könnte vielleicht... Ich hab nur noch 5 Super-Tränke, das reicht nicht dafür. Nee. So für'n Gangi. Hier. Hier heilt nochmal. A-Chan, Gickly und Onyx und... Ach, mach oh mein. Oh, Alter, der zieht viel ab. Hoho. Hälfte meines Lebens hat geklatscht. Ja. Echt, ne? Das war jetzt nicht geil. Ganz gut. Okay. Jetzt kommt die Psychotant. Ah, Flash, hallo Flash. Hehehe. Zuhörer Tante kann eigentlich auch mein Wasser spüren. Ist klar, und natürlich gegen ihn kämpfen. Wieso nicht? Oh nein, ich bin verwirrt. Nein, 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 nein. Keine geile Idee. Du bist immer verwirrt in deiner Hose. Nee. Alter, nimm doch einfach den Kick an. Alter, Nachtnebel, was? Eisstrahl. Oh nein, jetzt schläft auch ne Arctos. Ohoho. 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 Na super. Der macht mich jetzt, glaub ich, eiskalt. Ich glaub, eh nicht, was für das war's. Naja, wird ganz sch... Das wird super sch... Nein, schau ich nicht mehr. Den dritten verreck ich gerade. Oh, Hypnose geht bei mir nicht. Haha. Dann nehmen wir den. Feuersturm. Feuersturm. Schnabel. Oh, fuck. Okay, ich weiß, dass ich Hyperheiler und etc. mitnehmen muss. Ja. Und zwar on mass. So. Und außerdem gibt's auch Genesung, oder nicht? Genesung ist nämlich besser. Ja, ich... Aber auch teurer, natürlich, ne? Ja, klar. Hm. Komm. Alter, Gengar, ne? Kannst du ja knicken. Gengar macht einen so platt. Ah, ich hab verloren. Das ist jetzt nix. Ja, ja, bla 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 bla. Alter, gegen den wirkt doch nix. Haha, Donnerschnabel. Ja, super. Du, fuck it. Das funktioniert bei dem, oder wat? Das Arctos, Subtos und Lava, das mitgenommen? Ja. Arctos, Subtos, Lava, DOS, Relaxo, äh, Dratini, äh, Dratini, äh, Dratini, äh, was denn jetzt? Danke für Labras. Und, Tutok. Aber ich hab jetzt beim dritten, hab ich jetzt verschissen. Ja. Ne, warte mal. Ach, jetzt kommt, äh, jetzt kommt, äh, der Champion. Ich bin beim Champion, aber hab nur noch ein Pokémon. Was? Ja. Warte mal. Nein, bitte stirb nicht. Nein. Ich geh da nochmal rein. Ah. Ich hab das fast geschafft. Flash hat echt nen Schaden. Alter. Ich muss die Pokémon noch... Nein, der geht einfach so da durch. Ja, ich... Ey, die Pokémon... Pass mal auf, die Pokémon sind noch nicht mal hoch trainiert. Ja, das mein' ich ja damit. Labras, äh, ne, warte, stimmt. Zapdos, 51. Relaxo, 30. Arctos und Lavados, 50. Dragonier, 44. Ja gut, Tuk Tuk, äh, 69. Aber wenn der platt ist, äh, ist die größte, macht eigentlich weg. Deswegen nehmen wir auch die Regeln für die anderen, die ich dir da gegeben hab. Was denn? Hä, die Top... Die Top 4 ist höher als meine Pokémon. Ja. Trotzin. Donner, tschüss. Komm, zieht die Donner auch bei dir? Jawoll. Donner zieht bei dir auch? Oh nein, du alte... Snitch. Hallo Giovanni, du Arschgeige. Oh. Okay. Mach nix, ist okay. Ich zieh den Schlag. Kann ich verkraften. Danke, Gama. Komm. Top, lebe auf Zapdos. Kannst du eh nicht angreifen, toll. Jetzt hab ich gar nix mehr, ne? Äh, jetzt kommt der, da probieren wir es mal mit Arctos. So, dann hab ich immer noch Tuk Tuk in der Hintertasche. Also kann man aber super trainieren, find ich. Bisschen Erfahrungspunkte. Alalala, 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 wo sag ich dazu. Okay, Bruno wurde auch besiegt. Jetzt kommt die alte Tante, die ich hasse hier. Die alte Psychotante. Mit Gengar. Irgendwo, sie zweimal Gengar hat. Mhm. Aber an Anfang und zum Ende hin. Welches Pokémon zieht denn da was ab? Hm. Keine Ahnung. Donner geht bei denen, was? Willst du mich verarschen? Worum geht denn Donner bei denen? Geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt. Kommt. Ah. Äh. Zapdos. Ah nein, schläft Zapdos, nein. Ähm. So. Hochzeit haben wir da. Da. Kommt. 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 Jawohl, die ist auch kaputt. Ah, jetzt kommt er schon wieder. Und diesmal bin ich mit 5 Pokémon da. Ähm. Okay, so hatte ich das P da. Eisstrahl. Eisstrahl. Dann nimm mal Blizzard. Die sind alle höher als ich, die Pokémon. Also da kannst du jetzt nicht meckern. Mir doch egal. Selbst ich kämpfe gerade gegen 60er. Down. Mir doch egal. Dracoran. Oh, der zieht jetzt ab. Ah. Und es ist vorbei. Unfassbar. Was? Es ist gestriked. Yes. Mit Arctos und Zapdos habe ich fast alles gemacht. Okay. Beim Champ oder was? Ne, alles so. Tuk 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 habe ich immer zum Wechseln genommen, wenn irgendeiner ganz geschwächt war. Aha. Ich hatte jetzt einen Hyperheiler und einen Top-Beleber mit. Ja. Bei der ersten habe ich Zapdos benutzt, dann Arctos. Dann habe ich Zapdos, Arctos benutzt. Und Tuk Tuk. Ja. Dann musst du ja immer Top-Beleber machen und dann Jackpot. Aha. Nein, muss ich jetzt gegen... Nicht gegen Els Rival nochmal ankämpfen. Doch. Oh, nein. Jetzt sind meine ganzen besten Attacken weg. Oh, nein. Tschüss. Äh, Zapdos. Du musst jetzt alles regeln hier. Tschüss. Komm, du schaffst das. Helle jetzt. Was denn? Nö, ist schon gut. Ach, Mann. Das ärgert mich jetzt hier gerade. Alle abgelegt. Boah, der zieht Strahlener, der haut rein. Ja. Kann ich ja auch gleich wieder so machen. Fuck. Alter, kannst du jetzt mal... Ich habe mich besiegt, ernsthaft. Aha. Boah, ist das ein Wichskopf. Bisschen scheiß Erzrival. Oh. Warte mal, kann man... Kriegt man nicht Geld von der Top 4, wenn man die mal besiegt hat? Ja, klar. Klar. Äh. Top Genesung, Alter, wie teuer. Okay. Ja, ist schon teuer, aber trotzdem ist das gut. Kaufe ich noch zwei Beleber. Top Genesung war auch mit Wiederbeleben, ne? Top Genesung? Ne. Ist ein komplette Teil, ne? Dafür brauchst du noch Beleber. Äh, dann kaufe ich noch einmal Beleber. Alter, das ist doch eine Wichsnudel. Hab ich... Zap, das muss als erstes rein. Boah, wie behindert ist das denn? Andauernd setzt nicht Züstrahle ein. Ich kriege echt hier gerade ein zu viel. Ja, hat gerade hier... Also du auch gemacht im Spiel. Ja. Ey, ich habe gerade... Züstrahle, Züstrahle, Züstrahle. Boah, ey. Das ist heftig. Das ist asozial, sowas. Oh, da wurde der jetzt ernsthaft besiegt. Okay. Alter, was ist denn jetzt los? Ja, mach mal Kiff, Bruder, du Mistgeburt. Warum nicht? Ja, warum nicht? Oh, das ist ein Scheiß-Bahn gerade hier. Hübele! Alter, hält mich jetzt ernsthaft Labras für den Affen hin? Boah, ist das eine Verkackarsche hier. Nein. Boah.